Herzlich Willkommen im Restaurant Gülüm in Wilhelmshaven. Es ist uns eine Freude, Sie mit unseren kulinarischen Köstlichkeiten und den Spezialitäten unseres Hauses wie herrlich frischem Fisch und saftigem Steak zu verwöhnen. Schauen Sie bei uns vorbei und erleben Sie genussvolle Stunden, ob zu zweit, mit Freunden, der Familie oder für Feiern aller Art. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bis zum nächsten Mal.